So, die Pause ist vorbei. Oh, boah, ist ja richtig heftig. So, jetzt kann man dasselbe Kämpfchen hier nochmal. Weil ich werde hier auch natürlich wieder Dr. Strange und Iron Man nehmen, weil es natürlich dieselben sind. Oh, das war ja jetzt richtig eng. Also, das sorgt richtig für Spannung. Danach kommen Minibosse dran. Ich habe total Schiss vor denen. Vor allem vor dem ersten Mal, der aussieht wie Thor. So, Agent Master, komm. Wildes reißen. Das war es schon? Oh, jetzt hat er den wütend gemacht. Du musst schon wieder auf einen drauf hier. So, komm. Hau ihn weg. Ja, wunderbar. Boah, machst du jetzt Schaden? Ja, lad du dich mal ruhig auf. Ist kein Problem. Nimm mich gerne entgegen. Segen der Hydra. Was musst du? Oh, oh. Oh, nein. Ausgewichen, nein. Balltag Bolzen, komm. Oh, jawohl. So, komm. Hau den hier auch weg. Komm. Mach ihn alle. Mach ihn alle. Jawohl. Mit Overkill sogar. Aua, Betäubungsknüppel. So, jetzt bist du ganz alleine. So, Erlinderungsschub. Dich brauche ich jetzt. Schau mal zur Sicherheit auf das, was da gerade noch gleich noch kommt. Ich kenne die beiden ja jetzt hier. Die Hydra... Ach, nö. Reicht doch nicht immer aus. Dann gehe ich nochmal auf Nummer sicher und hau mir hier noch ein Deflector-Schild rein. Jetzt, also... Nö, also ich gehe hier jetzt auch wirklich auf... Aua. Nummer sicher. Nein, jetzt ist er betäubt. Dann werde ich dich jetzt vergiften, mein Freund. So, Dr. Strange fällt eine Runde aus. Dann musst du es richten. Iron Man, komm. Jawohl, 68, zweimal. Plus 70, Vergiftungsschaden. Vielleicht schon eine Null. Ach ja, wegen Deflector-Schild. Oh, er hat aber auch ordentlich Schaden gemacht. Was macht eigentlich Manwantara nochmal? Mal ausprobieren. Viel Schaden auf keinen Fall. Aber dann ist er benommen. Und aus dem Gleichgewicht. So. Okay. Dann machst du jetzt Ende. Oh. Meine Fresse. Jetzt kommen die Perversen. Oh, scheiße. Linderungsschub. Das muss sein. Oh, 275. Oh, du bist göttlich, Dr. Strange. Oh, komm hier. Fackel sie ab. Jawohl, einer brennt. Ah, scheiße. Alle verbrennen sie wieder. Jetzt wird es wieder heftig. Nimmt einer das Beschleunigungssprin, tut es richtig weh. Und wie? Dr. Strange hat nur noch fünf. Alter. Jetzt darf ich hier wieder rumheilen. So. So. Das war super. 25 noch. Aua. Das tat eher weh. Eher weh. Nein. Dr. Strange hat uns verlassen. Scheiße. So. Einer weg. Schawarma herkommen. Oh mein Gott. Oh ja, Zukunftswissen kommt gerade richtig. Ja. Oh, schön. Aua. Lass mich in Ruhe. Komm her, Knüppel. Äh, Knöchelstich. Komm her. Ja, genau. So. Iron Man macht deine Sache gut. Und das Ding ist hier essen. Du machst deine Sache bombastisch. Oh, wir steigen Level auf. Jetzt sind wir auf Level 33. Oh mein Gott. Nicht noch mehr davon. Black Widow ist fertig. Ich hab mir Molotow geholt. Cage würde wohl sagen, heiliges Kanonenrohr. Das ist Kang. Jetzt wissen wir, was dieser ganze subatomare Flux war. Eine Zeitreise-Energiesignatur. Cable hatte recht. Er ist direkt zum Pimps Labor unterwegs. Neue Priorität für alle Feldeinheiten. Verhindern, dass Kang Projekt Ultron stoppt. Dr. Pim, wie ist der Transferstatus? Es geht. Wie ist der Kang-Status? Er geht auch. Und zwar geradewegs auf sie zu. Das ist der Boss. Ich brauche irgendeinen Helden. Okay, tu das doch da rein. Da war der, da war der, äh die, der, der. Okay. Dann probieren wir uns jetzt am Hammer aus. Da ist Hawk-Eyeim auch noch mit drin. Oh mein Gott. Ist dein Sättelschuss hier nicht in der Nähe, Pim? Und zwar Bowman redet da gerade. Äh, wer ist Bowman? Ich will ihm, ich will gehen. Oh, Hawk. Es sieht aus wie Hawkeye. Du hast zugesehen? Süß. Zu feige, dich, dich hier zu stellen. Zuschlagen, wenn sich die Gelegenheit bietet? Beim Wasserkühler erzählt man sich, dass du ein Monster erschaffst, das du nicht kontrollieren kannst. Wir werden die Abscheulichkeit niederstrecken und dir eine Lektion über Hammer und Pfeil erteilen. Und der sieht aus wie Thor. Das Shakespeare Festival hat angerufen, sie vermissen einen ihrer Statisten. Haltet euch von meinem Labor fern. Wer auch immer sagte, Gehirn, Siege über Muskelkraft war ein Narr. Beuge dich der überlegenen Macht. Äh, nein. Bleib aus meinem Labor fern, sonst werfe ich dich raus. Okay. Oh oh. Wir probieren mal Iron Fist aus. Also ich hab echt Bammel jetzt hier. Ich bin jetzt mal auf die HP-Zahlen von den beiden gespannt. Oh, hoffentlich haben die nicht dieselben Attacken drauf. Hawkeye mit Trickfeil und... Oh, je, 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 je. Ich kann gar nicht hingucken. Ja, der Balken überlässt mir Gott sei Dank gerade, dass ich nicht hingucken muss. Oh, Mann, 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 Mann. Aber darauf muss ich jetzt erstmal Schluss trinken. Ich hab jetzt total hier zittrige Knie. Oh. Bin ich nervös, Leute. Das glaubt ihr gerade gar nicht. Oh, Mann. Komm. Boah, ey, komm jetzt, Junge. Lass mich nicht hängen. Ach, jetzt bin ich rausgeflogen, weil Werbung kam. Ah, na toll. Oh. Ja, toll. So. Jetzt sind wir wieder drin. Hammer hat 1319 und Bowman hat 989. Also, K-Philips, komm direkt her. Ein Mann-Armee. Oh, jawohl. 358. Schon mal ungeschützt. Das ist sehr gut. Und geschwächt. Das ist... Oh, und das auch noch. Und sie brennen beide. Jawohl. Oh, geil. Geilo, Alter. So. So. Kombo ist vorbereitet. So, wir nehmen jetzt auch hier direkt den Insektenzermalmer. Oh, jawohl. Damit ist die 19. Mission abgeschlossen. Volltreffer. So heißt die, hat er. Hass, Hass anzetteln. Jetzt sitzt er wieder gestärkt. Dunkler Sturm. Dich werde ich jetzt vergiften. Oh, mein Gott. Aua. Alter. Lass mich in Ruhe. Du böser Hawkeye. Für den Tod markiert. Das hört sich wirklich gar nicht gut an. Pfeil des Hasses. Hallo, ich will jetzt auch mal wieder. Jetzt reicht es. Er spekuliert. So, komm. Hier. Hau rein. 108 Uhr. Wie schlecht warst du denn jetzt Iron Fist? Alter, hat der Schaden. Und Thor darf auch immer zweimal. Gefällt mir auch nicht. Aua. Hämmernde Schläge. Autsch. Habe ich nicht nur so ein Team-Ding? Nein, habe ich nicht. Ja, ich muss mich heilen. Sonst habe ich nämlich ein Riesenproblem. Oh, jetzt hat er noch 72. Ey, das ist so unfair. Todesregen. Jetzt haben wir eine Hypothese aufgestellt. So, er ist weg. Der ist schon mal weg. So, tschüss. Boah, man. Hau ab. So, wachsender Schmerz. 193. So, das wird kein Problem mehr sein hier. Ich hoffe, wir überleben das alles. So, komm hier. Hau rein. Mach den Goliath-Schlag. Und? Ah, 313. Wir haben es geschafft. Oh, geil. Oh. Auch dank, äh, unseres Lotus zu verdanken. Meine Fresse. Weiter. Dafür kriegen wir auch nochmal 100 Erfahrungspunkte. Scheil dankt ihnen, dass sie Hammer zum Schwein gebracht haben und uns sein Gesüld zu ersparen. Wir wissen, ich passe immer auf sie auf, Toni. Wer ist dieser Baumann überhaupt? Ist Hydra auch da draußen? Wir haben sie nicht gesehen. Ein anderer, und damit meinen wir Doom, hat die falschen Avengers ausgeliehen, um sie davon abzuhalten, Projekt Ultran abzuschließen. Söldner. Ich hasse Söldner. Bösartige Irre haben wenigstens den Mut ihrer Überzeugung. So, was ist jetzt hier? Gewinne drei PvP-Kämpfe. Okay, dann machen wir hier kurz Stopp. Das, außer Black Widow, dich holen wir noch eben. Du sollst ja auch dabei sein. Streugranate. Gut. Wir machen kurz hier Stopp. Ich würde ja gerne hier weiter... Ah, das ist ja noch verfügbar, weil... Ich will hier... Wir haben noch zwei Tage. Nicht vergessen, zwei Tage nur noch. Und wir müssen... Wir haben noch fünf Missionen zu erledigen, und ich will das erledigen. Das heißt, wir machen jetzt kurz PvP. Äh... So. Dr. Strange rein. Iron Man bleibt auch drin. Ich finde die Kobo ganz cool. So, 13 Tage geht die PvP-Session auch noch. Ich hab total Panik. Auf jeden Fall hat hier einer sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Also, hier ist Mr. Fantastic, Hawkeye, Cyclops, die Fackel, Dr. Strange, Iron Man, Miss Marvel, She-Hulk, Iron Fist, Luke Cage, die Unsichtbare, Black Widow und Black Cat. Mein Gott, der hat drei, sieben, acht, zehn, dreizehn Helden schon. Und wir haben gerade mal acht. Aber acht ist auch schon eine Menge. Dass er, äh, fast 60 Ränge unter uns ist, das spielt eigentlich hier keine Rolle. Ich hoffe, wir gewinnen alle drei auf einmal, dann haben wir es schnell hinter uns. So, Luke Cage, die direkt vergiftet. So. Schlägerei. So, was hast du denn hier für Teile? So, zeig mal. Kettenklinge. Na, toll. Okay. Erstmal. So. Einer im Vorteil? Nö, aber wir gehen auf ihn drauf. Weil er mir überhaupt nicht passt. Aua, du bist doch ins Gesicht auch noch. Brennt einer. Jawohl, Dr. Strange. Autsch. Ja, 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 ja. Der Baltak-Bolzen gegen mich ist natürlich nicht schön, aber was wollen wir machen? Jawohl. Oh, er hat noch 171. Ausgewichen, das ist schon mal schön. Jetzt krieg ich ihn ins Gesicht. Und das findest du jetzt okay, oder wat? Du Dreck-Sau. Aua. Ja, toll, jetzt blute ich zweimal. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr. Jetzt brauche ich mich... Oh mein Gott. So, ihn hauen wir jetzt erstmal aus dem Leben. Oh. Und wir kriegen einen präzisen ISO-8-Splitter. Das ist schon mal sehr gut für Dr. Strange. Den kriegt der auch. Und, 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 jawohl. Oh, 208. Jawohl, 89 Schaden. Oh, jetzt kriege ich wieder Baltak-Bolzen ab. Oh, ein Zukunftswelt. Oh, das hat gereicht. Oh, wie geil war das denn? Ich nehm jetzt zwar übelst viel Schaden. Aber das ist es mir wert. Och, nö. Oh, wie ich die Impfpistole hasse. Oh, 389. Oh, ist das heftig hier. So, 56 noch. So, Treff. Und das war's. Jawohl. Und nochmal ein zweites, erste Hilfepaket. Also Stufe 2. Oh, ich springe noch nicht wieder um. Oh, ist das gemein. Aber wie viel war da bei dem Kampf geworden? Äh, ja, so. Ähm, 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 ähm. Ja, äh, Dr. Strange kann jetzt auch trainiert werden. Für Level 3. Das ist schon mal gut. Ich kann kaum noch sitzen vor Aufregung. Das ist auch nicht gut. Ähm, so. Zwei Kämpfe müssen wir auf jeden Fall noch gewinnen. Das werden wir auch noch schaffen. Dafür werde ich sorgen. Weil das kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit festhängen. Und ich wieder die Spezialoperation nicht schaffe. Das ist nicht drin. Wir sind so nah dran. Okay. Sollen wir die Kombo lassen? Oder sollen wir Dr. Strange trainieren schicken? Komm, ich schicke ihn trainieren. Das ist mir wichtiger. Damit ich mich nachher in Ruhe, wenn die Spezialoperation vorbei ist, auf die PvP konzentrieren kann. Training starten. 15 Minuten. Ich werde kein Gold verschwenden. Okay. So. Nein. Nein. Was machst du da? Was machst du da? Ach so. Hä? Was machst du hier? So. Hawkeye, komm rein. Wir probieren es so wieder aus. So. Nächster Kampf. Den ersten von drei haben wir gewonnen. Oh oh. Wer ist denn bitte Gambit? Oder Gambit? Nee, Gambit. Komm, 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 komm. Fünf Prozent noch. Ich hab nicht ewig Zeit, mir rennt die Zeit davon. Ladebeik in. Ladebeik in. Wir müssen jetzt gegen Ludena Bernabe kämpfen. Auf Rang 717. Relativ ausgeglichen. 3, 3, 2, 4, 7, 7, 4, 4, 3, 2, 3, 3. Level an Zahl. Bei uns ist es 5, 7, 2, 7, 6, 5, 5, 4, 6. Also wir trainieren auf jeden Fall außerglichen, na? Dr. Strange hängt jetzt natürlich hinterher, aber er kam auch erst ziemlich spät. Aber er ist ja jetzt schon auf Weg zu Level 3. Und dann kriegt er von mir erstmal einen ISO-Splitter verpasst. Welchen gucke ich dann? Oh, Ladebeik, komm. Ich hasse die Werbung. Jedes Mal, wenn die Werbung kommt. Oh, 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 oh. Was hat er sich denn da gedacht? Auf jeden Fall wird es lustig. Aber wir sind eigentlich im Vorteil, da er hier im Vorteil ist und Iron Man gegenüber She-Hulk. Und der hat den Ruf des Nordens dabei, das gefällt mir auch null. Oh, 268. Oh, ich liebe diese Waffe. Oh, oh. Ausgewicht. Oh, super. Ja, du musst abkühlen, wenn du den benutzen willst. Aber jetzt, wen halte er denn? Du, ach so, jetzt werde ich hier angeschrieben. Aua. Oh, 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 oh. Oh, halt mal dieses Ausweichen. Ist doch zum Mäusermäken. Nein. Das wird jetzt sehr schwer. Bin ich ganz ehrlich? Autsch. Na, toll. Er muss mal betäubt werden. Komm, 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 jawohl. Oh, ist vielleicht doch noch nicht alles verloren. Treff richtig, komm. Ja, das müsste reichen. Jawohl. So, er ist betäubt. Boah, 223. Komm, noch mal so ein Schuss. 141. Gehe ich auf Nummer sicher? Komm, ich balle auf hier drauf. Komm, 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 komm. Jawohl. Die Fackel ist schon mal weg. Ausgewicht. Scheiße. Mein Gott. Ich bin sogar, kriege schon einen Hustenanfall hier. Oh, 249 hat er noch. Äh, sie noch. Jetzt nur noch 97. Oh, oh. Jetzt darf sie zweimal. Granitwurf. Aua, hat mich getroffen. Ich bin aber nicht betäubt. Jetzt muss er aufladen. Das ist ein Nachteil. Und wir, 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 komm, 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 komm. Macht sie alle, macht sie alle, macht sie alle. Ja, wir macht sie alle. Jawohl. Oh, unzugläubig. Wir haben es tatsächlich geschafft. Der zweite von drei. Mein Gott. Oh. Mann. So, wir nehmen jetzt einmal Skihalkman. Ich will es mal ausprobieren. Äh. Ja, will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann, ach, jetzt spricht es wieder auf Vollbild um. Äh, um. Mein Gott, immer diese Werbung nervt total. Mal gucken, vielleicht, weil ich habe ja auch als Sidequest diese auf Level 7 zu trainieren. Und da fehlt noch ein bisschen. So. So, hoffentlich ist das jetzt der letzte Kampf. Dann haben wir die PvP schon mal die 20. von 25 Missionen abgeschlossen. So, was haben wir denn da? Hawkeye Level 6. Cyclops Level 1. Äh, wer bist du denn nochmal? Miss Barber Level 5. Iron Man Level 6. Die Fackel 3. Skihalk 5. Iron Fist 4. Die unsichtbare 4. Und Black Widow 5. Brrrr. Agent Damon. Moment. Vier Ränge höher wie wir. Die Fackel und Skihalk. Scheiße. Hätte ich mal Hawkeye drin gelassen. Ha. Autsch. Jawohl. Du musst leiden. Oh, Skihalk ist gleich weg. Komm, wir machen sie weg. Komm, dann ist die Schauer weg. Ach, genau. So, die Schauer weg. Aua. 682. Das war sehr heftig. Oh, Skihalk ist weg. Ne, er hat noch 11. Ich kümmere mich jetzt um dich hier, mein Freund. Der Deflektor muss rein. So, ich werde jetzt versuchen, die Fackel zu betäuben. Alles oder nichts. Oh, oh. Scheiß drauf. Komm. Jawohl, er ist betäubt. Oh, ist das gut. Aber ich muss erst mal zusehen, dass ich Agent Damon hier loswerde. Oh, scheiße. Skihalk ist weg. Ausgewichen. Ach, scheiße. Weicht doch nicht aus, du Dödel. Ja, nein. Ja, jetzt darfst du wieder, ne? Freust du dich, ne? Ja, immer noch null. Trottel. Aber dafür brenne ich jetzt. Oh, jetzt ist er weg. Oh, er darf noch mal. Oh, nee. Hau noch mal mit deinem scheiß Schild. Oh, dein Schild ist schon wieder für den Arsch. So, 136 hat er noch. Ich bin aber überlegen, mal meinen Knöchelsticher einzusetzen. Oh, nee. Nein. Oh, Gott sei Dank. Wir brennen jetzt alle beide. Zukunfts ist, komm. Hau drauf. Oh, schade. Komm, der muss sitzen. Oh, du bist doch ein... Bin ich ein Noob? Nein. Mein Gott, nee. 70 hat er noch. Auch wieder ausgewichen. Aua. Ich bin tot. Ja, das sieht jetzt sehr schlecht aus. Bin ich ganz ehrlich. Oh, der ist weg. Ich brenne. Musst ja nicht mal langsam aufladen oder sowas. Aber wir sind eh tot. Aua. Jetzt muss es mir nochmal richtig geben. Oh, was ein Drecksack. Okay. Drauf geschissen. Drauf geschissen. So. Okay. 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 Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich wollte wechseln, oder? Scheiße. Oh. Wann haben wir denn hier? Mr. Fantastic Hawk, Ice Cyclops, Miss Marvel, Iron Man, Doctor Strange. Ziv. Luke Cage, Daredevil. Nightcrawler. Und Black Widow. Oh. Eieieiei. Äh, ja. Darauf brauche ich jetzt erstmal einen Schluck zu trinken. Ah, lecker, lecker. Oh, hier ist ein Fanta-Zeug hier. Das ist aber wirklich lecker. So. Jedes Mal kommt jetzt irgendwie Werbung. Was ist das denn für ein geiles Teil? Aua. Hier, da ist schon direkt los hier. Aua. Ey, spitzt du, Junge. Nightcrawler geht mir jetzt schon auf den Sack. Deswegen krieg ich jetzt auch ordentlich auf die Schnauze. Oh, und schnell ist er auch noch. Opfermesser. Oh, haben wir ja noch nie gehört. So, der ist gleich Geschichte. Autsch. Autsch. Ausgewichen. Hast du davon? Na, komm. Verabschiede dich. Oh, nö. Eher doch nicht. Jetzt darfst du dich verabschieden. Genau, so. Ja, wen willst du jetzt heilen? Alle voll. Jawohl. Vergiften müssen wir. Okay. Aua. Autsch. Okay. So. Shihulk. Hau drauf. Betäub ihn. Betäub ihn. Oh, du hörst auch nicht. Ich höre immer, als würde der gleich einfach zu Blut bei dem Gewehr. Oh, weicht doch nicht aus. Das kostet mich hier... Das Schwert kostet mich unglaubliche Ausdauer. Ich liebe mein Deflektor-Schild gerade. Ich gehe schon mal auf ihn drauf. Was Six gebracht hat. So, das müsste reichen. Für Mr. Fantastic. Autsch. Bist du der Nächste, der vergiftet wird? So. Tschüss. Jawohl. Hab doch richtig spekuliert. Jetzt kriegst du auch die Schnauze. So. Oh ja. 216. 130 noch. Ich nehme alles zurück. Er heilt sich ein bisschen. Ach, warte. Tja, das hat dir gar nichts gebracht. Weil jetzt bist du eh tot. Hast verloren. So. So muss das gehen. So. Wir sind dann hier auch wieder raus. Hier auch wieder 100 Erfahrungen gesammelt. Oh, Mission. Sammle 20 mal Instabilis ISO 8. Okay, dann hoffe ich, dass ich hier 20 Instabilis ISO 8 bei meinen Helfern hier 20 kriege. Ansonsten bitte, schickt mir so schnell wie möglich 20 mal Stabilis ISO 8. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.